Musik So Freunde, während der Umbaupause sind wir hier wieder am Festival checken und bei mir ist jetzt die... Carmen! Und Carmen wird uns jetzt ein paar Fragen über Ricky Martin beantworten. Erste Frage, Carmen, wie heißt die Ehefrau von Ricky Martin? Äh, ich glaube der hat keine, oder? Nein, er hat keine, weißt du auch warum? Ah, weil er gar nicht brauche. Das mag sein, ja. Musik Radio Regenbogen bei der Arena of Pop und unser heutiger Favorite Star ist natürlich Ricky Martin. Wir rocken es um.